Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Wir testen heute eine der fünf neuen SOMO-Sorten. Als erstes testen wir den Test Mania Lyptus. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit dem Tasmania Lyptus von SOMO. Wie gesagt, eine der fünf neuen Sorten von den Jungs. Von den anderen vier kommt ja vielleicht auch demnächst noch was. Seid da auf jeden Fall gespannt. Aber heute erst mal ein Test Mania Lyptus. Was soll das Ganze sein? Lyptus, Eukalyptus. Es soll einfach eine sehr, sehr geile Eukalyptus Note sein. Als erstes blenden wir euch mal Schnitt und Feuchtigkeit im Kopfbau ein. Ihr seht schon, Feuchtigkeit geht auf jeden Fall klar. Ist schön feucht, der Tabak hat das aber wirklich perfekt aufgenommen. Also feuchtigkeitsmäßig finde ich den wirklich optimal. Keine überschüssige Molaster am Start, aber auf jeden Fall gut feucht. Schnitt ist schön fein, so wie das sein soll, um den schönen Kompakt im Funnel zu bauen. Genauso haben wir das auch gemacht. Im Oblaco Funnel, den haben wir neu. Eine russische Kopfmanufaktur. Sehr interessant. Ich finde ihn mega schön. Du findest ihn mega hässlich. Da spalten sich anscheinend die Geschmäcker. Aber ja, ich finde ihn auf jeden Fall brutal schön. Er lässt sich auch sehr, sehr geil rauchen. Wir haben den Amy Aufsatz vom Z218 obendrauf mit drei Kohlen drin. Und der dampft ganz gut, wie man schon nebenbei sieht. Das geht auf jeden Fall klar. Ja, was noch dazu zu sagen ist, wir sind auf jeden Fall riesen Fans von diesen Eukalyptus Bonbons. Klar, es soll jetzt kein Eukalyptus Bonbon Tabak sein. Aber ich würde sagen, wir kommen dann mal zum Geruch und gucken mal, wie das Ganze so riecht. Und ihr schaut euch bei mir noch ein bisschen den Rauch an. Aber ich denke, man sieht schon, da geht was. Ja, der Geruch auf jeden Fall ist on point. Also wirklich die Eukalyptus Note kommt auf jeden Fall mega gut durch. Es ist eine herbe Eukalyptus Note. Es ist nicht so wirklich süß, wie man sie jetzt von Eukalyptus Bonbons kennt. Aber trotzdem sehr, sehr frisch, sehr kühl. Also es gefällt mir sehr gut. Ja. Ich habe ja schon ein paar mal dran gerochen, aber ich rieche noch mal dran. Also als erstes sticht auf jeden Fall einfach eine krasse Eukalyptus Note in die Nase und gefolgt von einer Menthol Note. Also er hat auf jeden Fall noch was Frisches dabei, was ich nicht dem Eukalyptus zuschreiben würde. Plus dann irgendwie noch eine süße Note, aber nicht so eine typische Minz-Süße Note, sondern wirklich einfach so undefinierbar woher. Aber er hat noch eine süße Note dabei. Vom Geruch aber schon mal ziemlich, ziemlich geil. Ich mache auch direkt weiter mit dem Geschmack. Da sieht das Ganze ziemlich, ziemlich ähnlich aus, Leute. Ihr habt einfach eine leckere Eukalyptus Note, die nicht zu intensiv ist, sodass das Ganze einfach wirklich heftig wäre. Also ich glaube, gerade Eukalyptus, wenn er so komplett brutal intensiv wäre, wäre es einfach too much. Aber ist auch nicht zu wenig, sodass ihr jetzt sagen müsst ihr so, Digga, wo ist der Eukalyptus? Und ihr habt wieder die Menthol Note am Start plus diese süße Note, wo ich nicht wirklich sagen kann, wo die herkommt, aber gefällt mir eigentlich ganz gut. Mir schmeckt er auf jeden Fall ziemlich lecker. Ja, vom Geschmack her kann ich eigentlich das Gleiche sagen wie Marvin auch schon. Es ist ein sehr, sehr gut getroffener Eukalyptus-Tabak. Die Eukalyptus Note kommt weiterhin sehr gut durch. Diese süße Note hat man jetzt beim Geschmack nicht mehr wie beim Geruch. Also beim Geruch war es ein bisschen intensiver. Beim Geschmack ist es eher weniger. Also ihr habt eher eine herbe Eukalyptus Note mit so einer geilen Menthol Note und sehr, sehr frisch gehalten. Gefällt mir ziemlich gut und deshalb gebe ich dem Tabak die 9 Sterne. Ja, für einen Eukalyptus-Tabak würde ich auch auf jeden Fall 9 Sterne geben. Ich finde es auf jeden Fall krass. Wir haben lange darauf gewartet, dass es mal einen richtig guten Eukalyptus-Tabak gibt. Ich glaube, den haben wir jetzt damit gefunden und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ich glaube, das ist meine Lieblingssorte von SOMO, weil es wirklich mal was krass eigenes ist, was krass besonderes und schmeckt und taugt und raucht gut und raucht brutal. Bombe! 9 Sterne von der Shisha-WG für den Tasmania-Lyptus, den Eukalyptus-Tabak von SOMO. Das soll es dann für das Review auch gewesen sein. Leute, wie immer, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen. Wir haben gesehen, 60% der Leute, die unsere Videos gucken, haben noch nicht abonniert. Also, falls ihr dazugehört und uns ein bisschen unterstützen wollt, macht euch fix einen YouTube-Account und einmal subscriben. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice und dann bis zum nächsten Video. Macht es gut, eure Shisha-WG. Ciao! Bis zum nächsten Mal.